Schliekens Jorik 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 Lass doch mal Laert Gibt nur jemand anderes Laert ist das sehr gut Laert ist das ein Vollidiot Er hat nie nachgedacht, was Hamlet für ein Mensch macht Er tut nur das, was ihm vom König aufgetragen wird Die kämpft gegen Hamlet Was kommt dabei raus? Die beiden töten sich Das ist das Problem von den Kerner Der andere zu allein nachdem nicht die Försteren Ich bin nicht anderen Go ahead Holla 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 Holla